Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge Rocket League mit dem Olex und dem Sebi und Hallo, ich finde es schon wenn du mit 3, 2, 1 loszählst und man die 1 zu lang rauszögert bis die 3 kommt Keine Angst, ich spiele nur mit dem Octane, damit ich hier das Fortnite-Ding fertig habe Ja, danach kommt wieder der gute alter Eischarger Der schlechte alter Eischarger meinst du wohl So, warum zeigt er mir jetzt die Verbindungsprobleme an? Was soll denn das? Ah, scheiße, ah, fuck Hallo, was soll das? Hi, grüß dich Sie wie nachsetzt, ne? Wir spielen wie immer Ranked Best of Three Jawoll, wir brauchen Ricki gar nicht Ja, richtig Ich habe jetzt ein Verbindungsproblem mit seinen 24 Punkten da hinten Es ist mal schön, wenn ich mich mal nicht anstrengen muss You know? Haha, okay Wenn sie will Ich werde hier blockiert von dem Hurensohn So Was soll denn das? Was ist denn da los? Warum habe ich denn Package los? What the fuck? Ah, fuck, wer war das? Nicht Es ist doch nichts runter Ich hatte ein Leck Ich hatte ein Leck Was ist denn hier los? Hier war man noch rechts gefahren die rocke liegt immer wieder am stil also sagen müssen sie du fasst ja auch immer gleich drauf ja gut stimmt ich habe das gehört deswegen wusste nicht was die wahrscheinlichkeit relativ hoch ja als hatte ich gerade so ein räumliches denken vor einem esel oder so ja da sind wir schiefgelaufen sagt da kommt der ping wieder ich glaube ich musste mal mein guter neu starten irgendwann ja glaube ich ganz nice oh 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Hey. Oh, 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 oh. Oh, oh. Na komm, na komm, na komm. Nein, 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 boost. Na, schade. Ja, du kannst nichts dafür. Das war... Ja, genau, was war ihr denn? Schön. Okay, unentschieden. Ja, Alter. Jawohl, haben wir jetzt drose verloren. Nicht so gut, ne? Aber kann passieren, wa? Das kann ne passieren, ne? So. Scheinmal schnell. Steam macht nix. Da passiert auch nix, glaube ich. Ne, schaut nicht so aus. Soll ich jetzt schon meinen Router neu starten oder nach der Folge? Ich würde nach der Folge sagen. Okay, dann nach der Folge. Nach der Folge. Eine Folge soll auf einem Level bleiben, weißt? Sebi weint oder lacht, keine Ahnung. Oder freck gerade, man weiß es nicht. Soll man Krankenwagen rufen? Nein, das ist so viel lustiger. Nein, das ist so viel lustiger. Nein, das ist so viel lustiger. Das ist so viel lustiger. Wir sind zwei mal das Blusehai. Das sieht ja komisch aus. Oh je. dann sehen wir also wirklich sind null verlass gerade da hinten mich ist null verlass gerade da hinten hier so jetzt hat gas gegeben aha na dann noch jetzt geht's wieder komisch von cb die 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 machen was warum sind wir alle auf einem fleck ohje Warte mal, hab ich dir ausgespielt! Ja, okay, das stimmt. Ja, echt schlimm, ne? Wenn man sich das doch nur auswählen könnte. Geht an anderen Spielen auch, warum nicht in Rocket League? Sein bevorzugtes Spawnpunkt. Direkt von Torn von den Gegnern. Schade. Und jetzt auf Riki! Au! Wir haben mal versucht. Wir haben mal gescheitert. Komm, der könnte drin sein. Nee. Nee, nee. Da ist nicht drin. Ja. I hate it. Oh je. Sebi will hoch hinaus. Ja. Da blendet nichts mit. Ah. Ja. Aha. Ist alle, ne? Ist alle, ne? So. So. Jungens. Da ist ja was drinnen noch. Ja, nee. Nee, ist alle. Nicht gut. Ja, das Card. Nicht gut. Ach, Gott, im Himmel. Boah. Da ist ja noch was drin. Nein, 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 nein. Ah, doch, eigentlich schon, aber... Was? Ja, das ist halt nicht abbrechen dürfen. Wow! Jetzt sehen wir, das war nur ein Dreiecks-Trippel. Ein Dreiecks-Trippel. Ja, ha. Ach, komm, fickt euch doch. Was soll das denn hier? Los, jetzt hat... 30 Sekunden. Ja, aha. Bisschen verdriftet. Weißt du... Das kann ich da. Wir müssen im Fall gewinnen, damit du von dem Octane wegkommst, ne? Ja, ich weiß! Oh! Nein! Mann! Ja, Welt 2-0 verloren, so ne Scheiße! Das ist so ein Gut! So ein Gut vor allem. Das ist nicht gut, das ist ein Kack. Ha, 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 ha. Leak Legacy, aha. Okay. Schön, aber schade, Riki, ne? Schön, aber schade. 13 Minuten vorher, das waren wir wieder Premium. Aber wie immer, wenn es sich gefallen hat, lasst einen Like da aber nicht. Dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss! Tschüss!